Betty Moore, G.M. Siravi, Stern 21. November 1934, ist eine ehemalige britische Hürde-Enläuferin und Sprinterin australischer Herkunft. Bei den britisch-ampier-entkommen Weltgames 1962 in Perth gewann sie jeweils Silber über 80 M Hürden und mit der englischen Firma Lines 1 0 Yards Stafette und wurde sechste über 100 Yards. 1961 und 1962 wurde sie englische Meisterin über 80 M Hürden.